Lena stellt auf der Agritechnica eine neue App vor. Herr Lena, was kann die App und was erwarten Sie sich davon? Mit der App werden wir in der Lage sein, eines Tages unseren gesamten Maschinenpark zu steuern. Der Anwender hat nur noch sein Smartphone oder sein Tablet, kann damit seine Maschine komplett bedienen. Das Bedienpult im Traktor, im Fahrerkabine fällt ganz einfach weg. Und es ist ganz einfach die logische Weiterentwicklung der Ideen, die man allgemein hat. Eine App steuert den Kühlschrank, kauft ein. Diese App hat so ein riesiges Zukunftspotenzial. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen auf diesen Zug Zukunft schnell mit aufsteigen und uns hier als Führerschaft mitentwickeln und uns damit auch von anderen Herstellern absetzen. Ich glaube, dass die Zukunft eindeutig diesen Systemen gehört.